Was zur Hölle? Noch ein Airdrop? War doch eben schon ein Airdrop unterwegs gewesen. Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Rust. Ich bin ein bisschen unterwegs. Bisschen gucken ob ich hier ein paar Feinde finde oder sowas. Bisschen ballern. Ich glaube ich gehe mal zum Airdrop. Zum Airdrop habe ich schon einen Flugplatz. Gucken ob da was los ist. Irgendwo müssen ja noch ein paar Gesellen rumlaufen hier. Das ist natürlich jetzt riskant. Und ich bin ja so gut mit der AK. So. 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 Nur Müll. Das ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Bestimmt gelootet wieder. Was ist auf die eine Kiste da? Wow, 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 wow. Da ist ja einer. Scheiße. Fight, fight. fuck ich treffe aber auch gar nix fuck so schnell kann es gehen mit der akka wenn er richtig trifft ne scheiße akka ist weg boah schiede sich viele ach dabei wollte ich nur looten beim airfield guck mal ich habe noch ein paar waffen hier ich kann natürlich nur zurücklaufen und das ist auch wieder eine strecke ich habe keine rüstung doch mal die ganzen spritzen ne ich habe ja noch so ein supply signal kann die sonst auch noch mal schmeißen die ganzen spritzen weg aber wie wird es da zum heilen kommt oh ne ich bin auch voll mal reingelaufen ne also mein adrenalin das ist ja schon wieder gestiegen wie nix ne digga ich glaube immer die rüstung ja ich habe ja keine spritzen mehr ach scheiße müssen wir jetzt noch spritzen machen ich habe doch stoff ne irgendwo stoff komm spritzen machen wir jetzt keinen bock sowieso die letzte folge mache ich mir eben verbände hier und dann ein bisschen rüstung abmarschen gehe ich halt noch mal hin das c4 das möchte ich ja nicht auch noch mal loswerden weil das ist auch echt die letzte folge wo war das c4 überhaupt ich glaube beim dicken ne komm ich auch noch mal mit weg mit dem mist ah ich habe da noch ein dinges medipack meine schöne akka ist weg was ein scheiß habe ich den überhaupt getroffen die akka die verreist auch ordentlich ne das erste mal seit vier monaten seit vier monaten wieder mit der akka geschossen ah der weg ist so weit bis dahin noch da ist glaube ich nicht aber wie ich gesagt habe da ist immer irgendwas los ne hab ich doch noch mal eine action bekommen ganz zum schluss oh man oh man oh man oh man ich bin richtig gut ich weiß ich bin richtig gut ne ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß habe ich überhaupt gefeuert ich muss mir die aufnahme hinterher selber nochmal angucken ich versuche nochmal mein glück ich gehe dann nochmal sterben ich bin gerade uns nicht ob ich überhaupt was getroffen habe hatte ich überhaupt dauerfeuer das ging so schnell da war ich tot ich glaube da hat er direkt den kopf getroffen oder so ich weiß auch nicht oh man so sparteln dort natürlich jetzt ein bisschen ich schmeiße eine c4 im kopf das wäre aber so eine haftmin oder haftbomben die man an jemanden so befestigen kann das war richtig geil oh wo laufe ich nochmal mit der Tumsen hin da hab ich muss ich nochmal mitgenommen? ich glaube ja doch ich hätte einfach auf ihn stürmen müssen ne gar nicht so vom weiten schießen ne ich glaube die vom weiten obwohl er hat auch ne AK gehabt der hat auf jeden Fall besser getroffen als ich und die Frage ist habe ich überhaupt was getroffen ich glaube nicht dennoch mit dem Visier da hm ärgerlich ich sag immer wieder ich bin ein Noob ich bin ein Noob 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 in der Zeit wo du ballerst da kommst du auch gar nicht dazu eigentlich spritzen zu benutzen ne ihr habt ja gesehen das ging ja so schnell grad links kommt Schwein angeflitzt nicht wieder viel zu viel Munition mit aber ist sowieso egal ist die letzte Folge auch hier auf dem Server ich will die nächsten Tage auch immer wieder was anderes machen und nicht nur rast morgen ist Dienstag für euch ist heute Montag ne für euch ist es nicht Montag ähm morgen ist nämlich Dienstag das ist der 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 dritte der dritte je nachdem wann für euch die Folge rauskommt wo ihr euch die Folge anseht ein bisschen ich weiß ein bisschen Chaos für euch ist ja immer alles vorproduziert so der ist bestimmt schon weg ich fand damals IHK auch schon ein bisschen ja das ist die stärkste Waffe ja aber man muss damit umgehen können ne oder ich muss mal auf dem Battlefield Zwerber gibt es die überhaupt noch für das die Battlefield Zwerber oder wie hieß das andere Embankment äh das Spiel im Mods Embankment man spielt viel zu wenig denn mit den Waffen ne also ich zumindest so Noob I'm coming da ist noch ne Base haben sie die schon aufgemacht? ja ach ist das ärgerlich ich muss da auch mal jemanden töten Mensch das ist schon so lange her ich möchte noch mal ne AK wiederholen aber ich glaube ohne richtige vernünftige Rüstung ich habe ja gerade mal okay ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen Habt ihr Thompson genauso verreist? Keiner da, ne? Ich glaub, da hat er mich auch zuerst gesehen. Das ist mein Nachteil. Nicht blind, oder? Das ist mein Nachteil. Hidden, hidden läuft einer. Held? Helikopter? Jetzt ne Bolt, ey. Scheiße. Ach, das ist Zivir. Soll ich den mal... Nice. Ah, hier ist Scheiße vom Fenster aus, ne? Helikopter war ja links. Kacke. 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 Wo ist er hin? Kacke. Das geht inte. Alles, viel Sinner. Entend ist lächerlich necesar. Da bin ich nicht gesehen. Wo? Bisschen kämpfen. Oh, jetzt die Frage, links oder rechts? Buhlt, ey. Er sitzt im Tor und wenden. Oben bestimmt. Also in den Turm da. Ja. vom scheiß drauf alles oder nix wo kommt er denn her nice camping naja feierabend feierabend ich schmeiß alles weg wie immer ihr kennt das ja es bin ich voll kämpfung egal bisschen action gehabt zum schluss noch links war auch noch irgendwo einer ja danke danke fürs einschalten bis zum nächsten mal wieder heißt was bis dann tschüss ich bin lob